Heute mache ich ein Megabox-Opening. Okay, Megabox-Opening ist es nicht. Es ist einfach nur ein Opening. Guckt einfach zu. Hier, ich bin gerade Stufe 30 geworden. Big Baba Boo-Account natürlich. Okay, let's go und fangen wir mal an. Leider nix. Leute, Leute, lasst ein Like und ein Achtung. Star Power auf. Also, wir gucken uns doch mal schnell die Chancen an. Habe ich komplett vergessen? Hier sind die Chancen. Ja, sehr wenig, aber vielleicht wird es ja ein Legendärer. Oder ein E-Pusher. Mein Bruder wünscht sich irgendeinen Spike oder so. Wir machen es mal eher. Jetzt kommt, ich höre es schon so. Leute, ich höre es schon so. Das sind der letzten Big Box. Was cooles drin sein wird. Okay, dann der Megabox. Leute. Das war's. Bye, bye. Bye, bye.